Musik 26. Kapitel Was war inzwischen aus Ping-Pong geworden, nachdem er in seiner kleinen Holzbütte wie in einem Rettungsboot dem Untergang des blauen Staatsschiffes entronnen war? Auch er hatte das tollste Abenteuer seines bekanntlich noch nicht sehr langen Lebens bestehen müssen. Was er dabei vollbrachte, das wird ihm für alle Zeiten die größte Hochachtung aller eintragen, die je davon erfahren. Als er so verlassen und meilenweit von jeder menschlichen Hilfe in seinem kleinen Holzgefäß über die tobenden Wellen trieb, begann er zunächst einmal zu überlegen, was am vernünftigsten zu tun wäre. Allerdings störte ihn bei dieser Beschäftigung sehr, daß die Wogen ihn fortwährend auf- und niederschleuderten. Ping-Pong würde sich zweifellos eine respektvollere Behandlung ausgebeten haben, wenn nur jemand da gewesen wäre, dem er seinen Protest hätte mitteilen können. Es war aber niemand da, nur der Sturm und die Wellen. Nachdem er einige Zeit hindurch vergeblich versucht hatte, einen vernünftigen Gedanken zu fassen, geschah es plötzlich, daß der Sturmwind unter den kleinen Schirm fuhr und ihn um ein Haar mit sich fortriss. Ping-Pong erwischte gerade noch die Krücke des Sonnendächleins und zog es erbost wieder zu sich herunter. Aber der Wind trieb das gleiche Spiel von neuem, und so ging es eine Weile hin und her. Ping-Pong stemmte sich mit seiner ganzen winzigen Person gegen den Sturm, der ihn dabei fast aus seinem Bottich herausblies. Aber der kleine Würdenträger ließ weder den Griff des Schirmes noch den des Holzgefäßes los. Und plötzlich kam er auf eine glorreiche Idee. Er befestigte mit der Kordel seines goldenen Schlafröckchens die Schirmkrücke am Griff des Holzbottichs und verwandelte auf diese Weise sein Gefährt in ein, freilich etwas sonderbares, Segelboot. Der Erfolg war, daß nun der sausende Wind das Schifflein in toller Geschwindigkeit über das Meer dahintrieb. Wenn es das Unglück gewollt hätte, so wäre der kühne Segler immer weiter in die Grenzenlosigkeit des offenen Ozeans hinausgeweht worden. Aber der Wind blies zum Glück auf das Festland zu, in diesem Fall auf die chinesische Küste. Und noch am selben Abend, an dem Jim im Land, das nicht sein darf, ankam, trieb Ping-Pong mit geschwelltem Schirmchen in den Hafen von Ping. Kaum hatte man ihn entdeckt, da wurde er auch schon herausgefischt und an Land gebracht. Das Erste, was dieses bemerkenswerte Kindeskind nach seiner Rettung tat, war, daß es an die Rettung der anderen dachte. Ping-Pong ordnete sofort an, daß alles, was nur irgend Segel oder Ruder hätte, also die gesamte chinesische Flotte, auslaufen müsse, um die schiffbrüchigen Matrosen und, wenn möglich, natürlich auch die Gefangenen der Wilden 13 zu suchen. Während die Schiffe zur Ausfahrt fertig gemacht wurden, eilte der kleine Oberbonze zum Kaiser und berichtete ihm genau, was geschehen war. Die Bestürzung und Trauer des Kaisers nach dieser schrecklichen Unglücksbotschaft war grenzenlos. Ganz besonders aber schmerzte ihn, was er von seinem Töchterchen hören mußte. »So habe ich sie nun doch verloren«, murmelte er mit bleichem Antlitz, »und meine edlen Freunde dazu.« Dann ging er allein in sein Gemach und weinte bitterlich. Ping-Pong jagte in einer der chinesischen Kutschen zum Hafen zurück. Die Flotte war inzwischen bereit, auszulaufen. Er bestieg sofort das größte Schiff, das sich unverzüglich an die Spitze setzte, um die anderen zu der Stelle der schrecklichen Niederlage zu führen. Es war ein ganzer Wald von Masten, großen und kleinen, der hinterdrein zog. Später schwärmten die Schiffe aus und suchten die ganze Nacht hindurch bei Fackellicht das Meer nach Schiffbrüchigen ab. Und, um es gleich vorwegzunehmen, es gelang, alle zu retten. Für diese Tat wurde dem tapferen Oberbonzen später in China ein Denkmal errichtet, in Lebensgröße. Und damit niemand darüber stolperte, stellte man es auf eine hohe Säule aus grünem Jadestein. Es steht noch heute da, und wer nach Ping kommt, kann es sich ansehen. Nach der Rettung der Schiffbrüchigen kehrte die Flotte noch nicht so gleich heim, sondern suchte weiter, denn Ping-Pong wollte ja die Gefangenen der wilden Dreizehn nicht im Stich lassen. Und so kam es, dass der Hafen von Ping vollkommen leer von Schiffen war, als am folgenden Abend der Piratensegler einfuhr und an der Kaimauer anlegte. Es lässt sich leicht denken, welcher Schrecken unter den Bewohnern der Stadt ausbrach. Sie alle mussten natürlich glauben, dass die wilde Dreizehn gekommen war, um die Stadt zu überfallen und zu plündern und in Schutt und Asche zu legen. Ein Teil der Leute floh Hals über Kopf auf das freie Land hinaus, die etwas Beherzteren verbarrikadierten sich in ihren Häusern. Als Lukas und Jim, gefolgt von Lee C., dem Kapitän und den Matrosen, an Land gingen, blickten sie sich verwundert um, denn der Hafen und alle Straßen lagen wie ausgestorben da. »Da wären wir also wieder, Leute«, sagte Lukas. »Aber mir scheint, wir kommen etwas unerwartet.« Die Piraten zögerten zuerst, an Land zu gehen. Schließlich kamen sie doch, einer nach dem anderen, vom Schiff herunter, aber sie standen ziemlich finster und argwöhnisch herum. Da weit und breit keine der kleinen Kutschen mehr zu sehen war, mussten die Ankömmlinge den Weg zum Kaiserlichen Palast zu Fuß gehen. Alle Straßen und Plätze lagen still und menschenleer in der anbrechenden Nacht da. Alle Türen waren verschlossen und alle Fenster dunkel. Nicht anders fanden sie den Palast. Die Soldaten der Kaiserlichen Leibwache waren zwar nicht geflüchtet, aber sie waren zum Hafen marschiert, um der wilden 13 entgegenzutreten. Dabei hatten sie allerdings einen Abkürzungsweg genommen und deshalb die Ankommenden verfehlt. Weil die große Ebenholztür verschlossen war, führte Lissi ihre Freunde und die Piraten durch die Küchentür ins Innere des Gebäudes. Leer und dunkel lagen die Gänge. Die Schritte halten. Als sie schließlich den großen Thronsaal erreichten, fanden sie den erhabenen Kaiser einsam und verlassen auf seinem Sessel aus Silber und Diamanten unter dem Baldachin aus hellblauer Seide. Er hatte die Stirn in die Hand gestützt und regte sich nicht. Eine einzige Kerze verbreitete trübes Licht. Nun hob er langsam den Kopf und blickte die Eintretenden an. Aber weil sie im Dunkeln standen, erkannte er seine Freunde nicht. Er sah nur die riesenhaften Gestalten der Seeräuber. Er richtete sich hoch auf. Sein weißer, dünner Bart wallte ihm bis zu den Fußspitzen herab, und die Augen in seinem todbleichen Antlitz blitzten, ehrfurchtgebietend. »Was wollt ihr noch, ihr grausamen, ohne Recht und Gewissen?« sprach er mit seiner leisen und doch den ganzen Raum durchtönenden Stimme. »Was sucht ihr hier?« »Das Teuerste habt ihr mir geraubt.« »Wollt ihr nun auch noch meinen Thron besteigen und euch mein Reich nehmen?« »Das wird nimmer geschehen, solange ich atme.« »Vater«, rief die kleine Prinzessin, »erkennst du uns denn nicht?« Sie flog auf ihn zu und warf sich an seine Brust. Der Kaiser war vor freudigem Schreck wie erstarrt. Nur langsam vermochte er sich zu fassen und sein Kind an sich zu drücken. Und während zwei glitzernde Tropfen über seine blassen Wangen in seinen schneeweißen Bart rollten, flüsterte er, »Verhafte dich. Du bist es, mein kleiner Vogel, mein Kind. Ich darf dich noch einmal wiedersehen. Oh, ich habe es nicht mehr geglaubt.« Die Piraten wechselten untereinander scheue Blicke und schauten dann zu Boden. Was sie eben gesehen hatten, rührte sie. Und das war ein Gefühl, das ihnen bis zu dieser Stunde unbekannt gewesen war. Ihnen allen wurde plötzlich so sonderbar weich und aufgelöst zumute und dabei doch auch wieder so unbehaglich. Man konnte ihnen ansehen, dass sie verwirrt waren und nicht wußten, wie ihnen geschah. Nun umarmte der Kaiser auch Jim und Lukas und begrüßte den Kapitän und die Matrosen. Dann glitt sein Blick über die Piraten und er fragte, »So sind also diese Unholde eure Gefangenen?« »Nein«, antwortete Jim, »Sie sind frei.« Der Kaiser hob erstaunt die Augenbrauen. »Tja«, sagte Lukas, »so ist es, Majestät. Und trotzdem ist die wilde Dreizehn für immer besiegt. Wir alle haben es nicht fertiggebracht, aber Prinz Myrhen hat sie überwunden.« »Wer ist Prinz Myrhen?«, fragte der Kaiser mit größter Verwunderung, und nun erzählten sie ihm die ganze Geschichte. Als sie zu Ende waren, schwieg der Kaiser lange, und sein Blick ruhte mit großer Liebe und Bewunderung auf dem kleinen schwarzen Jungen, der der letzte Nachfahre des heiligen Dreikönigs war. »Endlich«, sprach er, »Was in meiner Macht steht, Prinz Myrhen, will ich tun, damit du das Land deiner Väter, dein rechtmäßiges Reich, wiederfindest.« Dann ergriff er die Kerze und trat auf die Piraten zu. Einem nach dem anderen leuchtete er ins Gesicht, als wolle er in ihren Minen etwas ganz Bestimmtes erforschen. Die riesenhaften Kerle versuchten, seinen Blick finster und trotzig zu erwidern, aber es gelang ihnen nicht, und sie schlugen die Augen nieder. Nach einer Weile schüttelte der Kaiser sein Haupt und sagte leise, »Ihr wollt euch nicht beugen, obgleich ihr besiegt seid.« »Nein«, antwortete einer der Piraten mit rauer Stimme, »die wilde Dreizehn beugt sich vor nichts und niemand. Führt uns jetzt zu dem Verräter, dem Drachen, darum sind wir hier.« »Der Drache«, murmelte der Kaiser erschrocken, »o Himmel, ich habe ihm großes Unrecht zugefügt.« »Was ist mit ihm?«, fragte Jim. »Als Ping-Pong mir die schreckliche Unglücksbotschaft gebracht hatte«, erklärte der Kaiser, »war ich wie von Sinnen vor Schmerz. Ich ging zu dem Drachen, um ihn zur Rede zu stellen, denn ich glaubte, dass er euch durch seine dunklen Worte mit Absicht ins Verderben geschickt habe. Aber weder auf meine Befehle noch auf mein flehentliches Bitten antwortete er mir. »Er redet nur zu euch, meine Freunde.« Da ergriff mich ein großer Zorn. Um ihn zu strafen, ließ ich alle Lichter in der großen Pagode auslöschen, damit er hinfort im Dunkeln sei. Ich legte eine schwere Kette vor die Tür und versah sie mit einem Schloss, das nie wieder zu öffnen ist. »Augenblick mal, Majestät«, unterbrach ihn Lukas überrascht, »haben Sie eben gesagt, Ping-Pong war hier?« »Ja, meine edlen Freunde«, antwortete der Kaiser und berichtete, wie es Ping-Pong ergangen war und daß er jetzt gerade mit der Flotte ausgelaufen sei, um die Schiffbrüchigen zu bergen. »Ach, deswegen ist kein Schiff im Hafen gewesen«, meinte Jim. »Donnerwetter«, brummte Lukas erfreut, »dieser kleine Oberbonze ist ja wirklich ein toller Bursche, das muß ich sagen.« »Ja«, fügte Jim hinzu, »ich finde auch.« »Aber was machen wir mit dem Drachen?«, fragte der Kaiser. »Ich muß sofort zu ihm, um mich zu entschuldigen, aber es ist unmöglich, das Schloss zu öffnen.« »Wir werden's uns mal ansehen«, schlug Lukas bedächtig vor. Alle nahmen Kerzen aus den Leuchtern, entzündeten sie an der des Kaisers, auch die Seeräuber, und gingen dann durch den menschenleeren Palast in den nächtlichen Park hinunter.